Was ist das Hammerbash? Brauch ich das oder ist das nur ein Scherz? Das ist richtig geil. Ich fahre nochmal von vorne. Hammerbash! Superbash! Hammerbash! 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 All langen ... ... ... ... ... Nimm mal voll Gas! Vor jedem Auftritt schaue ich mir die Location an. Ich schaue mir Fotos an, ich schaue mir Videos an. Was immer ich im Netz finden kann. Ich will mich ein bisschen einstellen auf die Leute. Ich will schauen, was ist es für ein Event. Mördergeiles Event. Mördergeiles Setup. Saugeile Leute. Eskalation. Du! Vielen Dank Kammerbests. Es war wirklich richtig cool hier. Super Organisation. Super Stimmung. Super Leute hier. Ich freue mich auf ein weiteres Mal. Vielen Dank.